Musik Hallihallüle, hier wieder euer Darsteffen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und jetzt geht's zur richtigen Höhlenerkundung in unserer Schlucht. Und ich finde den Weg auch so schnell wieder, denn ich habe mir schön markiert mit Taus und alter Fackel. Mann, Scherz. Enderman, sei gegrüßt. So, bin ich denn hier hoch? So, ja. Jetzt können wir uns die Schlucht mal anschauen. Ich habe Angst, dass gerade dann auf mich schießt, wenn ich da lang gehe. Ja, ist sicher? Das würde ich gerne gehen wollen. Aber da birgt sich ein großes Risiko. Um sich da runter zu fliegen. Wow, scheiße. Ich versuche mal, meinen Weg da runter zu bauen. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Da war ich auch schlau. So. So, war es dichter, ist gut. Sind alle froh. Oh Gott, ey, da war Angst. Lava macht mir immer Angst. Da. Ach, da Uhr. Dann schauen wir mal. Dann hab ich mal später. Ich glaube, hier lang. Und... Nein, es ist nicht nur, ich habe Angst. Eh? Eh? What am I this? Is that a debout? Wenn's this real lang? Oh, doch hier lang, oder? Um Um Die Flucht war ja hier Da, wie dahinter, oder? Da unten? Hä? Das geht auch hier, hier, und dann auch wieder rüber Scheiß drauf Und wo baue ich mich jetzt lang? Ich weiß nicht Ach komm, ich scheiß drauf Jetzt baue ich mich da runter, ey Sooo Tohle Wir haben ja fast unten Äh, ja Da Da ist einfach noch ein Stein hier Juuuut Äh 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 Puh Weiß ich nicht rüber hier? Da war mal dicht Dass ich nicht runterfallen kann Da ist mich zu konsultiert vom Bauen hier Dass ich komm, erziele Aber ich hab auch keine Lust in die Lava zu landen Äh Ich hoffe ja noch sehr, dass ich da unten Vielleicht da etwas Redstone finde Und ich brauche nur einmal Redstone Das heißt schon Dass ich mal einen Kompass bauen kann Und dann die Map erkunden kann Genau, aber macht mir Angst Sooo Safety first hier So So Dass mich einmal niemand hier in die Lava schubsen kann Das geht vor Und jetzt glaube ich das mal hier alles ein bisschen ab Ich finde sicher hier irgendwo ein bisschen Redstone Viel brauche ich ja nicht Aber hier sieht es auch schlecht aus Aber hier sieht es auch schlecht aus Hm Manchmal findet man zu viel Redstone Und manchmal findet man gar nichts Manchmal findet man gar nichts Jetzt sieht es ja wieder schlecht aus mit Redstone Oh Mann 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 Ich bin da Lava hier So Ich will nur auf Safe gehen Dass er wirklich nicht nach Lava kommt Gut Gut Das wir Erde Ich habe einfach nach unten Ich habe einfach nach unten Und finde natürlich auch mal wieder Lava So So Gut Ja wie tief kann die Lava hier noch gehen ne Ja Ja Da ist auch ein Lava So Ich habe einfach mal hier nach unten Aber das hat auch nichts zu kommen Was Redstone angeht So Naja gut Das ist ja sehr gelohnt Gehen wir mal wieder nach oben Man kann es ja probieren Vielleicht findet man ja was Vielleicht auch nicht Naja Das war einfach wie erfolgslos hier Gott Naja Ja Gucken wir uns einfach die Schluchte noch ein bisschen an ne Was ich meine Hallo Kübauer Hier willst du den Weg Ich wollte den Weg rüber Warte Pech gehabt Geht nicht Tschüss Lassen wir ihn nachher Bisschen Dackel oder was Verpiss dich Der dackelt mir hinterher wie ein Dackel Der dackelt mir hinterher wie ein Dackel So wenn ihr so nahe kommt Bleib da wo du bist So Das haben wir hier noch Oh Gott Die Würde nimmt ja echt kein Ende hin ne Heilige Wasser ohne hinter Höhen geräusch Also Höhle in der Nähe Noch eine Höhle Ich stich das einfach ab Erstmal Das auf Wasser Was ist denn hier los So Auch nochmal Wasser Gut Dann beendet mal die Folge an dieser Stelle Wünsche euch noch einen schönen Wochenteiler Mit ZW Mittwoch Und Bis morgen Euer Darth Steffen Möge gemacht Mit euch sein Meine jungen Paterwane Ciao Mit V Tschülülüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.